Let's Play mit Sebi Ja, passt Passt, 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 passt Gut, ähm, der Anfang wird ziemlich viel Story sein, wo ich jetzt richtig leise bin gleich Das könnte sich 10 Minuten etwa sein, von daher viel Spaß beim Anfang Euer Sebi Warum? Warum hat es passiert? Warum war sie destined zu sterben? Was crime könnte eine Frau wie diese zu tun haben, um zu verdienen? Sie war nur 14. Und während diese 14 Jahre lang, was sie tun hat? Sie haben einfach eine Liebe der Musik und revel in ihre girlische Träume? Ich werde sie nie vergessen. So, once more, a new journey begins. Emilia. Once again, it all comes to an end. It's lovely to meet you. Or perhaps it would be more fitting to say, welcome back. I must do this. And it's for the person who means the most to me. My life is nothing compared to his. Doing this is easy if it's for him. Thank you, everyone. I know it didn't last very long. But really, this was the best time I've ever had in my life. If I blow him a kiss, I wonder, will you reach him up there? No, I guess it won't. The rippling surface of flowing water transforms the soft light of the morning sun. The beams combine, becoming a spotlight that paints the stage. The flowers awaiting the curtain's rise display faces of bright red and brilliant yellow. They turn their ears to listen to the performance that is about to begin. Accompanied by the gentle rhythm of a babbling brook, the birds begin to sing. Meanwhile, a mischievous sea breeze causes a rustling amidst the leaves of the trees, disrupting the concert. It is a familiar scene, one that has unfolded every morning since the beginning of time. And even now, the daily overture continues, its delicate, perfect balance never faltering, never changing. In the midst of this joyous orchestration, at the center of the morning's discordant musical performance, lies a small village nestled deep in the wood. The name of the village is Tenuto. It sits atop a hill which overlooks the coastline. In fact, the town is only about four miles from the sea. Tenuto is very lucky in this regard, for the town enjoys a wonderful, cool breeze and a view that is nothing short of amazing. And then there are the flowers. They seem to blossom almost everywhere in the town. They paint the landscape with color as far as the eye can see. And they are the reason Tenuto is also known by another name, the village of flowers. There is a harbor town at the foot of a hill that can be seen from Tenuto. When night falls, the lights from the town shine like diamonds, and open the hearts of those who gaze upon their illustrious splendor. Under normal circumstances, one might expect to find a bustling shopping district for tourists in a village as beautiful as this one. However, no such shops are to be found, not here. In fact, the village is quite calm, almost strangely quiet. It is a place that exudes a peaceful tranquility. A tranquility that further increases its allure, as well as its mystery. There is no one. Mommy, warum sind die Wäste in der Meer? Well, darling, es gibt Wäste wegen der Moon. Because der Moon? Das ist richtig. Die Moon träumt die Wasser in der Oste mit der Schönheit. Und weil die Moon so schön ist, die Wasser einfach nicht sitzen kann. Ist das wirklich? Really? Don't you feel your heart start fluttering inside of you when you look at the Moon? I do! What about the puddle? Will it make waves when the Moon comes out, too? No, dear. There's not enough water. You need lots and lots of water, like the ocean, before it can make any real waves. Oh, I see. But that's weird. Why can't a little bit of water make waves, too? The amount of water is the most important part of creating waves. That can be said about people as well. There are many things in this world that can charm people's hearts, just like the Moon charms the sea. Things like wealth, vanity, status, image, and power. People who are drawn to these things create waves, and the fear in their hearts makes the waves grow bigger and stronger. The more people there are, the bigger the waves can become, and as the number of people grows, the waves grow bigger and bigger. It can lead people to start terrible conflicts. This is probably too hard for you to understand. If something like that ever were to happen, the only way to stop it would be for you to jump into the ocean. Because when you do, those big waves will become calm again. It may be difficult to do, but if you can be very brave, you'll bring joy to the person who means the most to you. Really? Then I'll do it! Really, though, comparing seawater stirred up by the beauty of the Moon to the ugly waves created by the effects of human desire is rather an insult to the ocean. It seems to have calmed down, hasn't he, Doctor? He seems to have calmed down, hasn't he, Doctor? He doesn't look like he's in pain the way he did before. It seems as though he must be having a pleasant dream. Yes. Well, that would be nice. It would be even better if that means he's headed towards recovery, a full recovery. It's said that people can have the most peaceful dreams just before they pass on. What are you talking about? How can you say that? I apologize. Hopefully, it's just an old wives' tale. Frederick... ... 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 at least ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, ich durfte länger als normal. Mom ist wahrscheinlich über mich worried. Ich hätte besser nach Hause kommen, bevor es kalt wird. Also, ihr habt gesehen, die Grafik von dem Spiel ist schon mal sehr überzeugend. Und auch die Story ist recht schön bis jetzt schon und sie wird noch toller. Ja, was gibt es zu dem Spiel noch zu sagen? Ich habe das auf Englisch gestellt statt Japanisch. Ich finde die englische Aussprache, also, beziehungsweise, auf Englisch finde ich das irgendwie besser. Und wir steigen gleich ein mit dem ersten Kampf! Die Tiere, die in der Wurde hier leben, sind nicht wirklich sehr stark. Also, ich sollte sie nicht zufrieden werden, ohne zu viel Probleme. Aber, um sicher zu sein, gehe ich über die Basiken, wie wir wieder kämpfen. Gut, das Tutorial müssen wir uns nicht unbedingt ansehen. Das ganze System ist ganz einfach. Man hat eine gewisse Zeit, etwa 5 Sekunden, um den Gegner irgendwie zu verbrüdeln. Mit X macht man Angriffe, aufs hier Eck macht man so speziell, ähm, setzt man Items ein, genau. Und auf der Dreiecks-Taste macht man Spezialattacken. Und, ähm, wenn ein Gegner dich angreift, kannst du Kreis drücken im richtigen Moment, dann bekommst du nicht so viel Schaden. Das ist eigentlich das Grundprinzip des Kampfes. Mehr Zusätze kommen später noch, erkläre ich aber alles noch. So. Das wäre mit diesem komischen, äh, keine Ahnung was ist. Ich würde mal sagen, Kübis, äh, wenn wir den Kübis doch irgendwie mal töten. Okay, ich glaube ich bin nochmal dran. Oder? Ja. Los, attacken! Boom! Yeah! Der! Den zweiten Gegner auch besiegt und, ja. Ähm, dadurch, dass das ganze Intro ein bisschen länger ging jetzt, ähm, werde ich nicht viel Zeit haben, jetzt das Spiel noch ein bisschen zu zeigen für euch, fürs Erste. Deswegen geht's dann richtig dann im nächsten Part erst los. Ähm, ich mache jetzt noch einen Kampf etwa und dann würde ich sagen, ist der Part auch schon zu Ende und, ja, im nächsten Part geht's dann voll rund. Deswegen! Los! Was? Oh, diesmal sind's zwei Stück. Okay, wir zeigen euch den ersten erstmal verprügeln mit meinem Regenschirm. Yeah! Regenschirm attack! Na, klasse. Der lebt ja noch. Oh, oh! Oh, oh! Ich glaube, jetzt darf ich das erste Mal. Jawohl! Ah! Gut abgeblockt. Ah, bist du! Ja! Ja! Komm schon ein! Oh! Oh, ich verbläufe! Ah! Mein Regenschirm ist im Bar! Mach euch fertig! Und yay! We did it! Von daher werde ich den Part jetzt beenden. Ähm, hab mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt mir gewogen! Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Eternal Sonata Part Nummer 2! Euer Sibi! Ciao Leute! Bis zum nächsten Mal und immer schön kommentieren! Bye!